So, Alexander Boos steht gerade so ein bisschen in der Kritik wegen seiner ganzen Aussagen zu Shuyoka. Ich finde das Ganze gar nicht so übel, bin ich ganz ehrlich, was er da gerade macht und versucht. Wir schauen mal rein in sein neues Video Shuyoka-Files, wie ein Statement von Gonzo, Gon-Gon, stellvertretend für Soviele stehen kann. Ziemlich vielsagender oder auch wenigsagender Titel. Ich bin mal gespannt, was er hier zu sagen hat. Mich hat es besonders geärgert, als ich dann herausbekommen habe, dass er das in meinem Statement-Video macht, wo ich genau gegen sowas eigentlich was sagen wollte. Wo ich genau wollte, dass man mal über solche Dinge nachdenkt und dann passiert es ausgerechnet in der Reaction auf mich. Dafür ist mein Video nicht da. Sowas will ich nicht. Ja, willkommen zu meinen Shuyoka-Files. Aber das Video ist vielleicht ein bisschen anders gemeint, als ihr denkt. Überraschung! Hi und willkommen zu diesem neuen Video von mir. Alex Boos bin ich Mensch aus dem schönen Mainz. Und ich wollte eigentlich heute Nacht, also während ich das aufnehme heute Nacht, schon einen Short hochladen. Rasta Yeti ist gar nicht das Thema. Aber mir ist dann aufgefallen, man kann das in einem Short nicht richtig darstellen. Und zwar machen wir eine neue Rubrik. Und zwar nenne ich das die Shuyoka-Files. Aber es geht nicht darum zu kritisieren. Also doch, es geht schon darum zu kritisieren. Aber es wird in diesem Fall nicht Shuyoka kritisiert, sondern jemand anders, dem ich das auch schon privat geschrieben habe und den ich eigentlich auch sehr schätze und sehr mag und der im Moment auch durch eine sehr schwere Zeit geht. Deshalb, ich habe gefragt, ob das okay für ihn ist. Gon-Gon hat sich auch mit mir angelegt tatsächlich auf Twitter und will jetzt auch irgendwie noch ein Video zu mir machen oder so. Keine Ahnung, was da seine Mission ist. Ich finde, der ist da gewaltig auf dem Holzweg. Ich finde ihn eigentlich auch an sich recht sympathisch, aber irgendwie in letzter Zeit ein bisschen abgetrifftet leider. Wer, das ist so ein verhältnismäßig noch kleinerer Streamer, würde ich sagen, der viel, viel zu Shuyoka macht. Ich habe allerdings auch vorher gesagt, weil mir etwas aufgefallen ist, dass ich es wahrscheinlich sowieso gemacht hätte, aber er war einverstanden. Also von daher. Und ich sage schon mal vorneweg, er hatte sich für diese Sache auch entschuldigt. Da gibt es auch ein Video dazu und da gibt es auch Twitter-Geschichten und so weiter. Aber schauen wir mal rein. Ich habe diesen Clip hier gesehen. Der lief über Twitter und anderswo. Hier. Da ist das. Und zwar ist das der gute Gonzo, also Gon-Gon, den ich immer mal wieder auf YouTube, Twitch etc. getroffen habe und wir haben auch ein bisschen geschrieben und ist eigentlich ein sehr netter Dude und beschäftigt sich aber auch viel mit... Salami und Boos versus Alpha Kevin und leeren Frau. Wer gewinnt? Natürlich ich und Boos. Junge, Boos und ich würden gegen jedes Duo auf Twitch und YouTube Deutschland gewinnen. ...dem Thema Shoyoka und macht so diese Sachen, die viele Streamer eben die letzte Zeit... Wenn er jetzt Gon-Gon kritisiert, war es das. Wartet mal ab, was Gon-Gon gesagt hat. Also ich werde ihn jetzt auch kritisieren. Passt mal auf. ...gemacht haben oder machen. Aber diese Aussage, die jetzt hier kommt, es geht wieder mal um diese Fotos von Shoyoka. Diese beschissenen Drecksfotos. Mein anderes Video ist, glaube ich, noch nicht online, während ich das hier aufnehme. Es ist nämlich ganz, ganz wichtig, dass man die Sachen von Shoyoka immer einzeln betrachtet. Es ist wirklich unfassbar wichtig. Ich halte auch einige und viele Aktionen von Shoyoka wirklich für problematisch und nicht in Ordnung. Der hat sich viele Sachen erlaubt, die nicht in Ordnung sind, die nicht gehen, die viel zu weit gehen. Und das ist auch ganz klar, dass man sie als Person an sich kritisieren muss. Für viele Dinge. Ist so. Aber hier in dem Fall müsst ihr euch mal in ihre Lage versetzen. Und das ist nicht in Ordnung, was da in dem Fall mit ihr gemacht wird. Sie hat, es wurden irgendwelche Bilder von ihr veröffentlicht. Die gehen irgendwie rum, wo sie 16 war. Also so irgendwie, ja halt, ich weiß nicht genau, was es für Bilder sind. Ich hab die nicht gesehen, ich will die auch nicht sehen. Irgendwelche Sexual-Dings-Bilder, I guess. Und Gonzo redet jetzt über diese Bilder folgendes. Und ich finde, wenn man sowas hat, dann ist da einfach kein Spaß mehr mitzumachen. Da ist auch nicht irgendwie drüber zu reden, als hätte man da irgendwie einen Plan von oder so. Da ist einfach dieses Thema, tot zu schweigen oder sich davon zu distanzieren. Das war's. Okay? Das ist alles, was man dazu sagen sollte, weil das ist kein Spaß-Thema. Überlegt euch mal, von euch werden so Nude-ähnliche oder Sexual-Zeug-Bilder veröffentlicht, als ihr 16 wart. Alter, was ist das für eine kranke Scheiße? Ich hätte dauerhaft Herzrasen. Mir ging es so scheiße. Ich würde wahrscheinlich eine Ecke kotzen. Also wirklich, versetzt euch mal in die Lage rein. Stellt euch mal in die Schuhe von Chiyoka, was das für eine schlimme, schlimme Situation ist. Real Talk. Das ist unfassbar. Aber da habe ich auch was dazu gesagt, wie blöd das ist. Und habe ein bisschen Punkt herausgearbeitet. Ihr bekommt jetzt nicht Gonzo bereits entschuldigt. Ja. Aber ehrlich gesagt reicht mir die Entschuldigung nicht. Das war so eine Rechtfertigungsentschuldigung und so. Aber keine Sorge, das hätte ich noch erwähnt. Dass das für jemanden, der von sowas betroffen ist, eben eine ziemliche Scheiß-Situation ist. Sie hat selbst gesagt, dass es Instagram-freundliche Bilder waren, also nichts Schlimmes. Ja, das hat sie gesagt. Aber das hätte ich genauso gesagt, auch wenn es keine Instagram-freundliche Bilder sind. Um das Ganze runterzureden. Überlegt euch doch mal, es geht darum, dass solche Bilder von euch rumgehen. Dann würde ich auch sagen, ja, keine Sorge, es sind keine schlimmen Bilder. Ich sage doch nicht, das sind halbe Nudes von mir. Also damit würde ich mich doch selber doxen, weil die Leute sich dann umso mehr darum kloppen würden und versuchen würden, diese Bilder zu bekommen. Versteht ihr, wie ich meine? Deswegen ist es die absolut verständliche Reaktion, dass du erstmal sagst und lügst, dass es Instagram-freundliche Bilder sind. Und dass ich nachvollziehen kann, so habe ich es sinngemäß gesagt. Auf welche Aussage sollen wir sich dann verlassen? Auf die Neueste. Aber ich kann verstehen, also das ist einfach eine Scheiß-Situation. Ich kann auch verstehen, dass man sie erst dafür kritisiert. Und ich kann auch verstehen, dass man sie dafür kritisiert. Mache ich auch, dass sie Tobias Huch das unterstellt hat, was sie gemacht hat. Da geht es dann wieder zu weit von ihr. Das kann ich wieder nicht supporten. Da ist sie dann wieder die Shuyoka, die halt so krass kritisiert wird. Aber ich fände es gut, wenn generell so ein bisschen mehr Verständnis gegenüber ihr aufgebracht wird in genau diesem Thema. Scheiß mal auf den Rest. Lass uns mal über dieses Thema reden. Und ich finde, da sollte man einfach so ein bisschen mehr Menschlichkeit zeigen. Wie gesagt, dass jemand keine Lust hat, dass andere Leute über diesen Kram sprechen. So, und jetzt hat er, und ich wusste zu dem Zeitpunkt, als ich das gesehen habe, nicht, wo das war. Das stelle ich mal vorne. Amaterasu, ich weiß nicht, ob sie das gemacht hat. Aber wenn sie das gemacht hat, falls sie das gemacht hat, dann ist das selbstverständlich nicht okay, wie ich gerade gesagt habe. Also das ist dann wieder die andere Stufe, wo sie zu weit geht. Das ist ganz klar. Dafür muss man sie dann auch kritisieren, wenn sie da irgendwie Tobias Huch irgendwas mit Kinderpornos unterstellt. Aber das sind zwei Teile, wisst ihr. Das eine kann man dann beim Tobias Huch sagen, und das mache ich auch, und das ist gut. Aber das andere sind halt die Bilder an sich. Das ist ja gemacht. In einer Live-Situation, sage ich dazu, im Stream. Und vielleicht unüberlegt spielt er jetzt keine Rolle. Und ich sage auch vorneweg, es geht hier nicht darum, ihn zu haten. Also das sage ich gleich dazu, wer ihn auf meinem Kanal hatet oder sonst wo, wenn ich das mitkriege, dann fliegt er bei mir raus. Das ist auch mein Ernst diesmal. Weil, wie gesagt, ich mag ihn. Ich mag ihn auch. Ich finde nur, bei dem Shoyoka-Thema ist er wirklich ein bisschen verbissen. Also ich fände es cool, wenn er da einfach mal so ein bisschen mehr Menschlichkeit und Verständnis zeigen würde. Bin ich ehrlich. Er macht mal Fehler und so weiter. Aber er ist ein gutes Beispiel für was, was ich eigentlich allgemein zeigen will. Also denkt ihn euch jetzt mal weg. Denkt euch mal weg, dass das jetzt Gonzo ist. Weil ich will es eigentlich stellvertretend für was benutzen, was jeder hätte sagen können. Ja, wir schauen mal rein. Was sie wirklich machen könnte, ist natürlich, dass sie diese Fotos einfach selber veröffentlicht. Das ist schon krass, weil wir reden hier immer noch über Bilder, die sie gemacht hat mit 16. Das ist schon... Ja. Sie selber irgendwo eine, keine Ahnung, ab 18 Seite Onlyfans, sie macht ein Onlyfans und da packt sie einfach... Sie soll auf Onlyfans Bilder von so sexual, gedingste Bilder, ich weiß gar nicht, wie man das richtig nennt, ähm, hochlädt. Ich konnte so reden nicht von Bildern, die illegal wären, okay, sondern... Diese Fotos rein. Dann sind die... Also ich find's generell ein bisschen weird, Frauen zu sagen, dass sie Bilder auf Onlyfans oder so hochladen sollen. Auch wenn es jetzt einfach irgendeine Influencerin ist. Ja, das sieht man ja immer wieder. Also ich find, das ist als Mann schon ein bisschen komisch. Generell Frauen irgendwie zu sagen, dass sie bestimmte Bilder auf Onlyfans hochladen sollen. Und das ist auch kein Selbstschutz. Für keine Frau. Egal, ob die Bilder mit über 18 gemacht sind oder nicht, das hat nichts mit Selbstschutz zu tun. Dann kann die jeder, der will angucken, gegen Geld... Ja, stimmt, Franzi. ...gut ist. Dann sind die halt da. Dann muss sie keine Angst haben, dass die irgendwo veröffentlichen... Sie will ja gerade keine Veröffentlichung, eben. ...werden irgendwie benutzt werden, die sind dann halt öffentlich da. So. Dann wäre die... Tja, und was bringt dir das? Also das ist, ich find, das ist so ein unnötiger Kommentar von ihm an der Stelle. Sache schon mal erledigt. Verstehe ich das richtig? Er ist der Meinung, bevor Leute was gegen deinen Willen... Bevor Leute gegen deinen Willen Bilder von dir hochladen, sollst du das selbst machen. Genau. Also. Das ist schon heftig. Wir nehmen ihn stellvertretend für jemand Allgemeinen. Ja, stimmt. Der Kontext fehlt. Er wollte dazu raten, den Erpressern die Macht über die Bilder zu nehmen. Der Vorschlag war schlecht. Verwerflich meinetwegen, ja. Aber ein ganz anderes Brett, als du es gerade darstellen willst und Alex dargestellt hat. Nee. Also, ähm... Das ist mir schon klar und das stimmt auch, dass er gesagt hat, davor oder danach, dass er den Erpressern... Ich will ihm ja auch nichts... Also, das ist nicht meine Absicht, will ich ihm auch ganz gut sagen, ne. Ich mag Gon so auch. Ich hab alles von ihm, was ich gesehen hab, eigentlich ganz cool gefunden. Bis auf jetzt diese Shoyoka-Sache. Gar kein Stress mit ihm. Alles fein von meiner Seite. Ähm, wirklich. Ich will ihm auch da gar nichts unterjubeln oder so. Das ist überhaupt gar nicht mein Ziel. Zu null Prozent. Also, real talk. Mir geht's nur darum, ähm, dass ich das von ihm einfach nicht in Ordnung finde. Mit Kontext, ohne Kontext. Egal, ja. Ähm... Er sagt, muss man dazu sagen, wie Quantenkeks hier schreibt, dass, ähm, dass er quasi sagte, dass man solchen Erpressern und Leuten, die sowas halt bei dir machen wollen, quasi die Macht nehmen soll. Aber das einer Person zu sagen, die öffentlich schon gesagt hat, dass sie diese Bilder halt gerade nicht in der Öffentlichkeit will, ist halt einfach, was so Opfersachen angeht, einfach nicht gut, ja. Ja. Und auch der Tipp ist einfach Quatsch. Also, das ist ja, also, so nimmst du den Erpresser in die Macht, okay, aber du machst genau das, was die Erpresser eigentlich auch vorhatten. Also, im Endeffekt bringt es dir gar nichts. Das ist eigentlich genau das, was du nicht willst. Ja. Vor allem, weil du noch viel mehr Aufmerksamkeit drauf machst. Wenn irgendein Twitter-Kack dich damit erpresst, äh, zu sagen, ich hab die Bilder und ich werd die hochladen, dann sehen das im Endeffekt ein paar Leute, äh, wenn du das machst als Creator selbst auf Onlyfans, Alter, und das auch noch gewerblich dann nutzt für dich, was sowieso komplett dumm ist, ähm, dann, dann ist es ja, dann schadest du ja nochmal viel mehr. Und mal ganz abgesehen davon, dass, äh, das, äh, von dieser Sache, Alter, diese Onlyfans-Sache, weißt du, das, das, das finde ich ja schon mit fast am schlimmsten. Gehe nicht auf Gonzo. Wir nehmen's als, äh, als Symbol für das, was oft passiert, aber er hat quasi Shoyoka geraten, sie soll ihre Fotos, die, ähm, da illegalerweise durchs Netz kursiert sind und verbreitet wurden und so weiter, sie soll also diese Fotos nehmen und soll sie auf Onlyfans stellen. Auch ultra-unsensibel einfach. Also das ist eine absolute Scheiß-Aussage und das weiß er, glaube ich, auch inzwischen selber. Das hab ich ihm auch gesagt und wie gesagt, er hatte sich aber wohl auch vorher schon, äh, dafür entschuldigt. Also, geht nicht um ihn. Was ich danach gesehen hab, nachdem ich diesen Clip gesehen hab, und das hat mich eigentlich noch, äh, viel mehr erzürnt, muss ich sagen, weil ich dachte, okay, das hat er jetzt irgendwie in einer, in einer, in einer Reaction auf was weiß ich was gesagt, ja. Es war, wie gesagt, auf Twitter, ähm, wo ich das gesehen hab, konnte man nicht erkennen, worauf er das sagt. Da hatte man eine Sache, sag ich mal, freundlicherweise rausgelassen, um vermutlich mich da nicht ins Kreuzfeuer zu bringen. Vielen Dank dafür. Ähm, ich mach das aber jetzt selber. Und zwar ist das Ganze passiert hier. Ja. Das ist übrigens hier sein, sein Entschuldigungsvideo. Und, äh... Welche Bilder denn sonst, Quantenkirps? Ich hab gesehen, die Aussage kam tatsächlich hier. Jedes Angebot von Gespräch ist eine Erpressung, weil ein Mann Macht über sie aufbaut und sie davon ein Trauma hat. Dass man sie entmachtet hat, dass man ihr die Kontrolle über die Situation weggenommen hat. Dass man sie dazu gezwungen hat, etwas zu machen, was sie nicht machen will. Ja, sie wurde aber auch traumatisiert dadurch, dass einfach Bilder von ihrem Internet rumkursieren, ne? Also das, das ist ja genauso das Trauma. Was wirklich schlimm ist für einen Menschen. Auf so eine Weise. Gezwungen zu werden, etwas zu machen, was man nicht will. Ich glaub auch nicht, dass Gonzo da eine schlechte Absicht hatte, ehrlich gesagt. Ich glaub ehrlich gesagt, dass er einfach extrem unsensibel ist und keine Ahnung hat von solchen Themen. Terrorisiert zu werden. Sie hat sie doch freiwillig erstellt. Das kommt, dass es, wenn du erpresst wirst, mehr zu erstellen, weil du die ersten freiwillig erstellt hast, wirst du ja trotzdem gezwungen, sie zu erstellen. Was sie wirklich machen könnte, ist natürlich, dass sie diese Fotos... Das ist jetzt die Stelle. ...veröffentlicht. Ja, das haben wir eben schon gesehen. Sie selber. Das bin ich. Das ist mein Video. Das ist mein Statement-Video. Was ist los mit Boos und so weiter? Statement zur aktuellen Situation. Ich kann überhaupt nicht... Also ich kann es nicht nachvollziehen und ich konnte es nicht nachvollziehen. Und es hat mich wirklich geärgert. Das muss ich dazu sagen. Dass das in so einem Video mit so einer Message, die ich darüber bringen wollte, dann so ein Tipp kommt, stell das doch einfach auf Onlyfans. Quantencake, du hast da gerade geschrieben, dass du den ganzen Stream gesehen hast. Warum hat der denn hier Alex Boos reingehauen? Also warum hat er das ausgerechnet hier gesagt? Finde ich. Würde mich schon interessieren. Finde ich. Was habe ich denn jetzt wieder gemacht? Was ist das Zufall oder woran lag das? Finde ich absolut Banane. Ja? Um mal in meiner Sprache zu bleiben. Und wie gesagt, das habe ich ihm auch geschrieben und das hat er auch verstanden. Und wie gesagt, er hat sie entschuldigt und so weiter. Etc. PP. Also eine Entschuldigung an mich ist hier nicht wichtig. Eine Entschuldigung an jemand anders ist hier wichtig. Nämlich an die, über die das gesagt hat. Ob sie seine Entschuldigung annimmt oder nicht, das ist ihr überlassen. Ja? Aber ich sage mal so, ich kann verstehen, darfst nicht vergessen, Gonzo ist natürlich auch einer, der seit Wochen in seinen Streams sie thematisiert und sich da natürlich auch immer die Sachen von anderen anguckt, wo dann wieder viel, viel Kritisches, Negatives über sie drin ist. Und ich sage mal so, wenn du über eine lange Zeit nach jemandem rufst, dann kann das passieren, dass er auch mal antwortet. Deshalb, das ist ihr überlassen, ob sie das annimmt oder nicht. Ich war gestern, habe ich das in einem Stream gesehen von jemandem, der hat gesagt, es würde ein sehr einseitiges Bild von Kuchen geschaffen. Und zwar in Bezug auf diese Kuchen-Files. Ja, weil da so wenig oder nichts Positives über Tim Held drin ist. Übertragen wir es mal auf den Fall hier und auf Gonzo's Reaktionen und so weiter. Ich glaube, da ist auch nicht sonderlich viel Positives über Shoyoka drin. Also von daher, man schneidet halt oft immer die negativsten Sachen. Ja, auf jeden Fall. Also es ist sowieso klar, dass Kuchen und Shoyoka und so, dass Kuchen, Huch, Jay Riddle und so immer nur die negativen Sachen von Shoyoka raussuchen. Was heißt immer nur, manchmal hauen die auch tatsächlich so Props raus und so, aber natürlich super wenig. Hauptsächlich ist es das, was die verkackt oder ihrer Meinung nach verkackt. Und auf der anderen Seite macht Shoyoka das halt genauso. Also die nehmen und geben sich da wirklich überhaupt nichts. Jetzt rein von der Negativität, Positivität, dass natürlich bei der einen Seite schon es mehr berechtigt ist, ist bei der anderen, das ist klar insgesamt. Aber ich meine jetzt einfach nur so von positiv, negativ. Sachen raus und macht dann was dazu. Und deshalb, wie ich es gesagt habe, wenn man eine gewisse Zeit nach jemandem ruft, kriegt man vielleicht auch eine Antwort. Also fassen wir es zusammen. Entschuldigen muss er sich nicht bei mir, sondern bei ihr. Und ob sie es annimmt oder nicht, das ist ihr überlassen. Weil es um die Fotos und den Gerichtsprozess überhucht ging? Okay. So. Und jetzt kommt aber der Punkt, auf den ich eigentlich hinaus will. Und deshalb sage ich, mir geht es gar nicht darum, dass Gonzo jetzt gehatet wird. Ich mag ihn und ich habe gesagt, er geht durch eine schwere Zeit. Das hat aber damit nichts zu tun. Sondern ich kann ihn einfach als... Wie fandest du eigentlich die Reaktion von Boos auf Alpha, Kevin? Gute Reaktion von Boos. Ich habe darauf auch reagiert. Ich muss sagen, ich konnte ein paar Sachen verstehen. Aber gerade der zweite Teil, also von Boos, aber man muss schon sagen, was so die inhaltlichen Sachen angeht, hat er da ein bisschen abgestunken. Habe ich ihm auch so gesagt und auch in der Reaktion so gesagt. Ich kann so ein bisschen die Emotionalität und warum er das Ganze macht verstehen. Und gerade den ersten Teil mit Hoos und mit mir und so kann ich Boos schon verstehen. Aber was dieses Shoyoka-Ding angeht und die Kuchen-Files und dieses Video, da hat er schon so ein paar Sachen nicht erkannt. Aber das ist ihm auch inzwischen bewusst und er hat sich auch bei Alpha, Kevin, glaube ich, hat er sich entschuldigt, ich glaube schon. Und ich glaube, da passt auch alles. Ja, also Ansätze zum Teil verständlich, aber war nicht so ein gutes Video. Als Typen leiden und er ist, glaube ich, ein guter. Er ist viel besser als viele anderen. Die sich so in dem Bereich bewegen. Deshalb, wie gesagt, ich nehme ihn stellvertretend für was anderes, weil solche Aussagen kommen ja wahrscheinlich nicht nur von ihm, sondern sowas kommt auch von anderen. Und mir geht es jetzt um Folgendes. Und das habe ich mir, als ich das gesehen habe, überlegt. Was wäre denn, wenn er oder jemand anders, bleiben wir weg von Gonzu, die Aussage nicht über Shoyoka gebracht hätte, sondern über eine andere Streamerin? Halbpfief. Ja, das ist ein Punkt. Und überlegt euch das mal. Was ist, wenn Gonzu das gesagt hätte über Honeypoo, Phoebe, keine Ahnung, wo irgendwelche, wie heißen die nochmal, die auch bei Seven vs. White dabei war, Starlet Nova und so. Dann hätte es aber gekracht. Nicht so gut und bin Boss-Fan. Ich bin Boss-Ultra. Aber selbst wenn, ist ja nicht schlimm. Jeder hat mal ein Video, was etwas Backlash bekommt. Ja, eben. Und ich meine, es war jetzt auch keine Vollkatastrophe. Also, wisst ihr, es war jetzt nicht so, dass ich deswegen sagen muss, ich will jetzt kein Boss mehr schauen. Also so war es wirklich auf gar keinen Fall. Hannipoo über eine Dilara, über was weiß ich, wie die alle heißen, über eine Phoebe, über eine Nova und so weiter. Was wäre denn dann los gewesen? Also, missversteht mich nicht. Der hat sicherlich Druck und Hate bekommen. Aber ich habe gesehen, dass er in den Kommentaren auch verteidigt wurde. Und das war noch vor seiner Entschuldigung. Ja, dass viele dann da draufhüpfen und sagen, ja, aber sie hat doch das und das und dann kann man das doch sagen. Und so, nee, kann man nicht sagen. Und das ist genau das, was ich mit meinem Statement-Video ausdrücken wollte. Dass man den Menschen einfach mal sieht und nicht immer nur sagt, öh, da ist jemand, den kann ich eh nicht leiden und dann ist es irgendwie erlaubt, so eine Scheiße zu reden. Ja, ich muss auch sagen, dass viele Leute bei Shuyoka da wirklich wenig Menschlichkeit zeigen. Also, es ist eine Sache, ob man diese Frau mag oder nicht mag. Aber generell grundsätzlich immer gegen sie zu sein und ihr gar keinen Punkt zu geben oder gar nicht mal ein bisschen Menschlichkeit zu zeigen und zu sehen, dass sie auch mal irgendwie einen Punkt hat, das finde ich dann wirklich auch sehr, sehr verhasst und irgendwie so, ja, auch ein bisschen kritisch, muss ich sagen. Als wenn man das über jemand anders sagt, der jetzt beliebt ist oder beliebter. Also, das ist ein Gedanke, der mich umtreibt. Ich finde das bedenklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, bei manchen Leuten ist es eher gestattet. Manche Leute sind so krass auf Shuyoka eingeschossen, dass sie überhaupt gar keinen Blick mehr haben, gar nicht mehr über den Tellerrand rausschauen können, versteht ihr? Wie Mist zu erzählen als bei anderen. Und das sollte man sich einfach mal durch den Kopf gehen lassen. Und nicht immer dieses ganze Ding abspielen. Wurde, über das und das gemacht und das, das und das gewesen, überhaupt. Nein. Das ist bewusst, dass Alex hier ganz unterstellt, das zu tun. Nee. Tut er nicht. Einfach nein. Und bitte mal jeder überlegen, was los gewesen wäre für ein riesiger Shitstorm, der nicht, das, was er erlebt hat, ist mini klein im Verhältnis zu dem, was gewesen wäre, wenn das jemand über jemand anders sagt, der jetzt super dasteht in der Öffentlichkeit bei allen, ja? Ja, hat er 100% recht, stimme ich ihm zu 100% zu. Und ich lasse dieses Argument. Überlegt einfach mal, wie es gewesen wäre bei einer Phoebe. Twitter, Instagram, Twitch, alles hätte gebrannt. Im Moment nicht gelten, ja, aber da hätte er das ja gar nicht gesagt oder so. Leute sagen ständig irgendwas. Und das ist genau der Punkt. Er hätte es über jemand anders nicht gesagt, weil er da nachgedacht hätte. Aber hier hat er nicht nachgedacht. Und das ist im Umstand, das mag ich nicht. Das mag ich nicht und das ist auch nicht okay. Wie gesagt, er hat das verstanden. Menschen machen. Es geht ja auch viel um die Leute, die Zuschauer davon und so, die das verteidigt haben. Ein Fehler ist alles gut. Und ich fand es eigentlich ein schönes Beispiel, stellvertretend für so vieles. Für andere Leute, deshalb sage ich, hate nicht ihn jetzt. Das ist eine ganz andere Baustelle, die da eigentlich dahinter steht. Und das wollte ich hier mal rausarbeiten. Dass es einfacher ist, gegen Leute was Blödes zu sagen, die sowieso schon bei vielen irgendwie einen schlechteren Ruf haben. Und man sollte sich da manchmal die Frage stellen, wie wäre das jetzt, wenn ich diese Aussage über jemand anders bringe? Ja, denn die Aussage hat ja jetzt gar nichts mit Kritik zu tun oder dass sie irgendwas gemacht hätte, sondern er gibt jetzt einfach einen gut gemeinten Ratschlag. Ja, aber halt einen völlig beschissenen Ratschlag. Also wie gesagt, jetzt genug Gonzo gehatet, war nicht meine Absicht. Ich wollte das darstellen. Einfach mal jeder drüber nachdenken. Ja, und man kann ja auch Gonzo kritisieren, auch wenn man ihn mag. Also nur wenn man eine Person gut findet und eigentlich kein Problem mit ihm hat, heißt ja nicht, dass man alles feiern muss. Also ich bin immer noch der Meinung, ich finde es ja so krass generell auf Social Media, dass man keinen kritisieren darf, mit dem man gut ist. Alter, die ganzen Leute haben irgendwie gedacht, Alpha Kevin und ich hätten jetzt den Krieg des Jahrtausends. Es war immer alles gut zwischen mir und Alpha Kevin. Ich habe nie irgendein Problem mit diesen Menschen gehabt. Und genauso hat Boos hier kein Problem mit Gonzo. Und trotzdem kann er ja doch Scheiße finden, was er da gemacht hat, oder? Und trotzdem ist es doch okay. Also ich hasse das, dass man immer so, man darf nie was gegeneinander sagen. Oder irgendwie halt, also natürlich sollte man jetzt nicht auf persönliche Ebene da raushauen, aber so kritisieren ist doch vollkommen okay. Und was hier Alex macht, ist absolut berechtigte Kritik. Irgendwas dann los gewesen wäre. Und ja, also so ist das gewesen. Und wie gesagt, mich hat es besonders geärgert, als ich dann noch rausbekommen habe, dass er das in meinem Statement-Video macht, wo ich genau gegen sowas eigentlich was sagen wollte. Kann ich nachvollziehen. Genau wollte. Ich glaube jetzt nicht, dass es Gonzo's Art war oder Plan war, das extra in seinem Stream zu machen. Kann ich mir nicht vorstellen. Ich denke, es war einfach halt Zufall. Oder halt einfach, es hat sich so ergeben. Aber kann ich verstehen, dass ihn das trotzdem stört. Und dass man mal über solche Dinge nachdenkt und dann passiert es ausgerechnet in der Reaction auf mich. Ich glaube, das kommt noch so aus der Zeit vor circa vier Jahren, wo nach jedem kleinen Kritikpunkt der Krieg war. Ja, Alter, da haben sich alle Meinungsblogger ja dauerhaft in den Haaren gehabt. Das war so krass. Dafür ist mein Video nicht da. Sowas will ich nicht. Gut, also genug dazu. Das waren meine Shoryoga-Files heute. Ja, nehmt was mit. Falls ich dir eine Website aufsetzen soll, sag Bescheid. Bitte. Darum geht es mir. Nehmt was mit. Dann kann vielleicht die Welt ein besserer Ort werden. Denn wie sagt mein Lieblings-YouTuber immer. Egal wie falsch sich Pia verhält, das kann nicht gerechtfertigen sein, sich falsch dagegen zu halten. Check ich nicht. Die Welt ist es wert, um sie zu kämpfen. Ich hasse es nicht, Tobias Hoch, sage ich schon. Alexander Burs Lieblings-YouTuber zu sein. Ich bin nur an zweiter Stelle, hoffe ich. Also, in diesem Sinne, macht's gut und ich bin raus. Ja, tatsächlich sehr gutes Video. Gib ein Like. Sehe ich genau so. Bisschen Liebe da lassen, bisschen Support da lassen. Finde ich wichtig. Und richtig. Ähm. Bernhard, falls du gerade im Stream bist, ich heule. Wirklich. Das ist das Ding, was ich je gehört habe. Du bist nur sein Lieblings-Twitch-Streamer. Ja. Frechheit. Aber das werde ich noch ändern. Ich werde bald zu seinem Lieblings-YouTuber. Äh. Damit wollte ich allgemein ausdrücken, dass jegliche Kommentare, die ihr Fehlverhalten als Gegengewicht darstellen wollt, falsch sind. Okay. Ich weiß immer noch nicht genau, was du damit meinst, bin ich ehrlich. Aber ich hab's vorgelesen. Äh. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Äh. Denkt mal drüber nach. Ähm. Ähm. Ich hoffe, ihr könnt meine Meinung verstehen. Äh. Ich hoffe, ich konnte es rüberbringen. Ähm. Versucht einfach mal so ein bisschen menschlich zu denken und das Ganze auf euch zu beziehen. Ich finde, wenn man das macht, dann kriegt man viel besser hin. Also wenn man, wenn man sich überlegt, äh, wie das für einen selbst wäre, wenn man in der Situation stecken würde, dann kann man viel besser verstehen, wie die Person sich selber verhält. Und ich denke, da kann man in der Situation Shuyoka tatsächlich irgendwie ein bisschen nachvollziehen. Genau. Ähm. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein. Haut rein und ciao.